Komm, fuck it, wir sind jetzt unprofessionell, wir sind jetzt an nichts mehr gewohnt. Wir sind jetzt der Fotzen.interfotze. Musst du jetzt hier direkt auch noch reinhusten, Alter. Kaum laufen wir nicht im Radio, bricht dir die absolute Anarchie aus. Was ist denn das? Ja, Zeit wird, dass Anarchie ausbricht. Verbreitet, Herodes macht, was er immer macht und frisst dabei auch noch. Ich habe meine Stimme. Ich habe meine Stimme vorbereitet. Ach so, okay. Ich reg mich jetzt auf. Ach, das hast du nie gemacht, als wir noch im Radio liefen, Tino. Und jetzt, einmal vom Radio weg, packst du auf einmal die Professionalität aus, oder was? Was soll denn die Scheiße? Ich wollte ja authentisch bleiben im Radio, weißt du? Ach so, und da verstellt man sich dann nicht. Übrigens, Triggerwarnung, es gibt heute keine Triggerwarnung im NDR, weil alte Leute uns nicht mehr hören. Ja. Stimmt. Wir können jetzt wieder geschichtliche Ereignisse leugnen, noch und nöcher. Tino, wie offen können wir denn jetzt über dieses ganze Thema sprechen? Das war übrigens ein Spaß, denn für eine Person, die hier gerade zuhört, muss ich das nochmal betonen. Wir leugnen natürlich keine geschichtlichen Events. Wir haben nämlich Geschichte nicht aus einem YouTube-Video erfahren, sondern danke Frau Huber damals, ja. Und Frau Ritter, Alter, das merke ich jetzt gerade erst. Was meine Klasselehrerin in der dritten und vierten Klasse war, Frau Ritter. Warum ist denn das so relevant, Tino? Äh, ja, das wollte ich gerade ansprechen. Ich glaube, wir sollten darüber nicht zu viel reden, aber noch gab's, gibt's ja kein, noch gibt's ja nichts Handfestes. Naja, es gibt ja zwei Aspekte bei dieser ganzen Sache, Tino. Es gibt ja einmal Landesmedienanstalt und dann irgendwas anderes, wovon ich jetzt gerade auch nicht weiß, was es genau ist. Und dann gibt's ja eigentlich noch ein drittes Thema, was mit den Sachen überhaupt nichts zu tun hat. Und da, ich weiß nicht, da ist irgendwie dieses Wort Klage oder sowas mal gefallen. Aber das hat halt eigentlich mit dem Brennpunkt auch nichts zu tun, deswegen müssen wir da gar nicht drüber reden. Nee, nicht wirklich. Das hat uns nur die letzten paar Tage mal so ein bisschen beschäftigt, aber das hat ja mit dem Brennpunkt nichts zu tun. Ging's bei der Klage um meine Fake News? Weiß ich gar nicht. Vielleicht. Ich hab nämlich eine dumme Fake News verbreitet. Und das war vor zwei Wochen. Da hab ich behauptet, dass, und es war wirklich ziemlich dumm rückblickend, ein Antennenmast genauso stark strahlt wie ein Handy. Das war natürlich völliger Blödsinn. Macht auch völlig keinen Sinn, weil Handys deutlich weniger Akku- oder Strom zur Verfügung haben. Akku-Fotze hast du gerade gesagt. Akku-Fotze. Fotzen, Fotzen, Klotzen. Fotze dürfen wir jetzt wieder ganz viel sagen. Ja, mach ich ja auch gerade. Fotze, Fotze, Fotze. Fotzen gehören reingefickt. Ich liebe jedes Radio, aber es so frei zu sein, ist schon ziemlich Fotze. Ja, genau. Okay, ja, und da hast du Scheiße erzählt. Fotze von innen dehnen. Was ich sagen wollte, nee, aber das lag mir wirklich auf dem Herzen. Ich weiß gar nicht, wo du die Nachricht herhast. Die sei für einen Hippo. Das war ein Kommentar. Da ging es darum, dass Funktürme durchaus höhere Leistung haben als ein Telefon. Das Gute ist, ich muss das überhaupt gar nicht großartig klarstellen. Das wird tatsächlich auch in diesem Kommentar klargestellt. Deshalb lese ich ihn einfach mal vor. Also, Handys kleinere Antennen, dadurch weniger Leistung. Das Problem wird durch bessere Antennen auf der Empfangseite an den Türmen gelöst, sodass die schwachen Signale noch verwendbar sind. Im Handy ist kein Platz für solche Antennen, daher brauchen sie stärke Signale, um es empfangen zu können. So, und jetzt kommt nämlich der Punkt, den ich aufgeschnappt habe, aber falsch wiedergegeben habe. Dennoch ist es richtig, dass ein Handy am Körper schlimmer ist, allerdings aus einem anderen Grund. Die Strahlungsintensität fällt quadratisch mit der Entfernung ab. Somit hat man etwa Faktor 10 im Vergleich, also wenn 30 cm vom Handy entfernt ist, genauso wie drei Meter von einem Masten. Meistens ist es jedoch nicht mal möglich, so nah am Masten- bzw. Senderanlagen zu kommen. Da wäre es sinnvoller, wenn die Leute, also die Dengonstranten, auf Leute mit Handy, also praktisch alle, gehen würden, anstatt auf Masten. Genau, das war nämlich im Kontext von diesen Mastenangezündeten. Ja, da habe ich auch wieder eine News diese Woche, das ist sehr relevant, was du da gerade sagst, aber die Frage, die sich jetzt natürlich für mich aufwirft, explodieren jetzt meine Hoden, wenn ich das Handy in der Hosentasche habe, oder nicht? Nein, aber es gibt noch eine ganz kurze Ergänzung. Was ich überraschend finde, ist, dass bei 5G plötzlich zu viele ausflippen. Bei 2, 3, 4G war es gefühlt niemand angenommen. Nicht ionisierende Strahlung wäre wirklich schädlich, was sie höchstwahrscheinlich nicht ist, Achtung. Dann wird es mit 5G nur besser, weil es effizienter ist, denn nur in eine Richtung, wo es gebraucht wird, gleich übertragen werden, kürzer, beziehungsweise schneller. Ich erinnere mich, als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe, gab es auch mal so eine Diskussion im ganzen Dorf, ob wir auch so einen Funkmasten aufstellen wollen, für besseres Internet. Und da haben wir auch solche Geschäftsleute eingeladen, die diesen Turm bauen wollen. Und das ganze Dorf war total verunsichert. Oh, was ist, wenn wir verstrahlt werden? Ich habe Angst. Ich habe keinen Bock, in einer Mikrowelle zu leben und so. Und die beiden Männer haben sich echt ins Fäustchen gelacht, weil die halt gesagt haben, nein, sie müssen keine Angst haben. Sie werden nicht mehr Strahlung abbekommen, als auch sonst. Aber das Dorf hätte die beinahe zerfleischt. Ja. Zino. Weißt du, wer uns auch beinahe zerfleischt hätte? Übrigens, wir kommen zum brenn.internet. Ja, komm, fuck it. Wir sind jetzt unprofessionell. Wir sind jetzt an nichts mehr gebunden. Wir sind jetzt der fotzen.interfotze. interkurs.fotze.de Oh, weia. Wo bin ich hier gelandet? Also, meine Mutter kann es jetzt nicht mehr hören. Die ist nicht im Internet unterwegs. Ich kann jetzt wieder richtig, richtig gemein sein. Ich kann jetzt wieder Rentner und den Tod wünschen. Natürlich nicht. Das hast du auch schon im Radio gemacht. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Nein, aber Tino, warum sind wir denn jetzt eigentlich? Nee, das können wir gar nicht beantworten. Ach so, doch hatten wir ja schon. Weil wir nicht mehr so viel Bock hatten, diesen weiten Weg zum Radio zu gehen, sind wir nicht mehr im Radio. Muss man so sagen. So, aber der andere Aspekt. Und es tut mir leid, dass wir jetzt hier mit so provokanten Verbal-Exzessen um uns geschlagen haben. Lieber Herr. Tino, darf man es sagen? Darf man es sagen? Naja, also, ja, dürfen wir. Wir haben es schriftlich. Ritter. Das weiß doch eh fast. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Es ist doch eine Person des öffentlichen Lebens. Jeder kennt ihn. Jeder liebt ihn. Herr Ritter. Unser persönlicher Beauftragter. Ich habe mir mal ganz kurz Minute 6 aufgeschrieben, wenn es nachher nicht wieder heißt. Nee. Tino sagt, er hat sein schriftliches Okay. Genau, und er ist eben der Mensch, der verantwortlich ist für öffentliche Sendeflächen für Bürger. Ja. Und jetzt gab es da so ein bisschen das Angebot. Und absolut sicher, ob ich das überhaupt wahrnehmen will, bin ich mir gerade nicht anhand der Freiheit, die wir hier gerade fotze. Ja. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Vor allem, als hätten wir vorher nicht mal Fotze gesagt. Wir haben doch bestimmt auch im Radio schon Fotze gesagt. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, nur die ersten 10 Folgen, als wir noch nicht im Radio liefen, da haben wir Fotze oft gesagt und Holocaust, es wurde immer weniger, je länger wir im Radio waren. Ich glaube, Fotze haben wir echt vermieden. Wir haben ja diese Wörter nicht erfunden. Und nur das Wort in den Mund zu nehmen, ist ja jetzt auch keine Straftat. Naja, aber Heil Hitler haben wir auch nicht erfunden. Ist richtig. Aber jetzt mal interessanter Frage. Pass auf, das Wort Holocaust, einfach zu sagen, ist ja erstmal nichts Schlimmes oder nicht, weißt du. So, aber überleg dir jetzt mal, du machst einen Song, wo du auf so eine ganz witzige Kindermelodie die ganze Zeit nur Holocaust singst und nichts anderes. Was ist das dann? Naja, das ist ja, das ist halt Kunst. Ich glaube, das ist auch nicht verboten, weil du ja in dem Song den Holocaust nicht leugnest. Und du machst ihn ja auch nicht klein damit, glaube ich. Du sagst so dieses Wort. Holocaust, Holocaust. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich war eher so like, Holocaust, 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 all the way. Dinge. Moment, weil es den Weihnachtsmann nicht gibt? Ich distanziere mich hier wieder. Jetzt. Das war ein Spaß. Bei Weihnachtsmann ist Schluss. Da distanziere ich mich. Ja. Mann. Jetzt können wir aber wieder ein bisschen. Nein. Mann. Also, geschichtliche Ereignisse haben alle vermutlich. Also. Also. Der Holocaust hat stattgefunden und er sollte sich nicht wiederholen. Ich wollte jetzt nicht verallgemeinern. Wahrscheinlich hat nicht jedes geschichtliche Ereignis so stattgefunden, wie es eventuell in manchen Büchern steht. Jesus. Oder Moses, der das mehr geteilt hat. Kommt auf die Bücher an. Ja. Kommt auf die Bücher an. Kommt auf die Bücher an. So. Also. Wir wollen bitte nicht, dass sich so eine Schweinerei wieder wiederholt. Mit Blick natürlich nach China auch. Die ja. Also hier beim Brennpunkt. Das kommt. Das war so oft thematisiert. Es ist ja wohl klar, dass wir keine Menschenfeinde sind. Wir sind, zumindest ich, ein kleiner Feind der politischen Korrektheit. Tino hingegen verkrüppelt seinen Sprachgebrauch aktiv. Das kann er auch gerne machen. Tino ist nämlich nicht ganz so klug. Das wird Folgen haben, Herr Noster. Sie werden von meinem Anwalt hören und Sie haben den Bogen jetzt überspannt. Was sagst du? Tino ist das nicht der, der sich gar keinen Anwalt leisten kann? Ja. Das weißt du nicht. Mein Bruder ist zufällig Anwalt. Selbst den kannst du dir doch nicht leisten. Der mag dich doch nicht, weil du so dünn bist. Das sind interne, Herr Rodes. Das sind echt interne. Die darfst du hier nicht erzählen. Boah, der Tino dreht aber heute auf, du. Aber gut. Gefällt mir. Ach, hör auf. Ja, also Herr Rodes, hör bitte auf, so interne Informationen hier preiszugeben. Können wir jetzt eigentlich mal ein bisschen Struktur hier reinbringen. Wir sind Brennpunkt Internet, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Aus der Datenautobahn. Ach, dein dummes Maul. Auf einmal. Und wir sind höchst professionell. Wie heißen wir eigentlich? Brennpunkt Internet. Nein, also wir als Person meine ich. Ach so. Herr Rodes Armbrust. Zum Beispiel. Auch weitere sind auch da, aber das ist in erster Linie das. Und andere auch. Ja. Herr Rodes und Freunde quasi. Bevor wir zu den, es gibt endlich mal wieder YouTube Pipi Kaka News. Ja, das ist ja großartig. Oh ja, die gibt es. Würde ich vielleicht eine kleine Überleitung machen zu deinem 5G-Ding, was du da hast. Denn auch das war diese Woche wieder Thema. Ich will es zumindest mal kurz erwähnen. Das ist so ein buntes Portfolio. Es ist einfach so eine witzige, so ein Konglomerat. Und zwar wurde es so ein Funk-Turm-Engineer, wie sagt man? So ein Mann, der da hochklettert und wieder runterkommt im besten Fall. Der wurde von so einem 5G-Verschwörungstheoretiker angespuckt und hatte dann Corona. Das ist in England passiert und das ist sehr dumm. Das wollte ich hier an dieser Stelle nur nochmal überwähnen. Überwähnen, Alter. Ich glaube, in der Zeit, in der wir jetzt leben, könnte man noch jemanden, der ihn anspuckt, ins Gesicht hauen und es wäre Notwehr. Möglich, ja. Ist das auch sowas wie Körperverletzung, wenn du jemanden jetzt ins Gesicht spuckst? Naja, halt schon. Ich muss ja davon ausgehen, dass er versucht, mich krank zu machen, mich schwer krank zu machen. Und ich muss ihn davon abhalten. Insofern kann ich ihn ja zu Boden, wie auch immer, zu Boden bringen, ohne dass ich mit einer Strafe rechnen muss. Hätte ich jetzt gesagt. Aber ich glaube, vor Corona war anspucken eine Beleidigung, dachte ich. Na, mindestens. Aber da gab es ja auch schon Grippe. Die Frage ist, ob statt so Cockfights, die illegal gemacht werden in irgendwelchen Kellern, ob es da jetzt so Spuckkämpfe gibt, wo Leute sich gegenseitig versuchen anzuspucken. Ist ein Cockfight sowas wie Pimmelfechten? Ne, da geht es um Kocks im Sinne von Hennen und Hähne. Wie langweilig. Wir können mal Pimmelfechten machen, wenn du dir das wünschst. Das ist witzig, weil Cartman in einer Folge von South Park sagt, ich habe mit meinem Cousin Pimmelfechten gemacht. Seitdem wünsche ich mir, das auch mal zu machen. Welche zwei Menschen auch planen, Pimmelfechten zu machen? Allerdings nur verbal sind Mimi und Leon Machère. Großartig. Du verfolgst das ja ganz genau, soweit ich weiß. Ist das auch schon Körperverletzung, was da passiert ist mit zehn Payback-Videos an Leon Machère? Ne, also das ist in meinen Augen nicht mehr annähernd Beleidigungen. Aber der Leon, der sagt jetzt, der Mimi, der hat da ganz viel falsche Sachen auch gesagt. Ja, natürlich sagt er das. Es würde mich echt interessieren, was er so findet. Das ist bestimmt so ein Zehn-Minuten-Video, wo Mimi 20 Argumente findet, von dem dann eins nur halbrichtig ist. Wir werden sehen. Wie der Typ mit dem Friseur. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Leon Machère kennste. Ja, sehr gut sogar. Wir saßen mal nebeneinander vor Gericht. Ja, es war ein großer Spaß. War ein großer Tag auf jeden Fall. Leon Machère hat aber nicht nur mit uns Probleme gehabt, sondern auch schon sehr viel mit einem gewissen Mimi. Das ist ein weiterer Fema-Youtuber, der, ich weiß gar nicht, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her, oder? Mit dieser Speicherkarte. Naja, es war ja so, dass er auf irgendeinem Event, YouTuber-Event war, sich auch eine Eintrittskarte geholt hat, also auch hin durfte, Backstage war erlaubterweise. Und dann Leon Machère konfrontiert hat, dass er seine Zuschauer anlügt. Der hat daraufhin, oder ist dann daraufhin so durchgedreht, hat irgendeinen Schwachsinn erzählt. Und dann haben die sich gegenseitig gefilmt. Und dann wollten die Jungs von Leon Machère und Mimi die Speicherkarte wegnehmen. Das war halt auch wieder so ein Worst-of. Also Simon Desue und diese ganzen Konsorten, die waren da alle dabei. Genau, sind ihm wohl hinterhergerannt. Er ist weggerannt, war nicht schnell genug, wurde von Simon Desue festgehalten, in die Ecke gedrängt, hat gesagt, hier, wenn jetzt keine Zuschauer da wären, hätten wir dir jetzt aufs Maul gegeben. Aber es waren halt Zuschauer da, also haben sie nur gesagt, hier, gib mir die Speicherkarte, wenn du sie nicht gibst, ziehen wir dich aus, bis wir sie haben. Und dann haben sie die Videos gelöscht und die Speicherkarte zerstört. Und ihn noch ein bisschen vollgelabert und so. Und daraufhin hat Mimi gesagt, jetzt gibt's Rache. Und hat die ganzen Videos von Leon Machère auseinandergenommen und halt gezeigt, dass sie gefaked sind, dass sie schlecht sind und dass er sich voll richtig peinlich macht vor der ganzen Zuschauerschaft. Muss man dazu sagen, diese Payback-Videos sind aber jetzt in den letzten Wochen erst passiert, so seit Corona ungefähr. Und jetzt hat nach all den Jahren Leon das erste Mal reagiert. Und möchte, dass... Mimi, der alte Zerstörer. Genau. Und er möchte, dass live ausgetragen wird, ohne Schnitt, wie die beiden miteinander reden. Das große Event des Jahres. Würde es denn stattfinden? Ich hab noch nicht mitbekommen, ob Mimi sich geäußert hat. Ich hab's leider auch noch nicht mitbekommen. Vielleicht ist es nicht passiert. Das kann doch nicht gut gehen. Instagram oder sowas? Doch. Der hat nur irgendwie seine Sneaker da verlost. Jetzt seh ich hier wieder plötzlich so eine Asiatin, da hab ich irgendwas falsch gemacht. Kommt drauf an, wo du grad bist. Wie heißt der? Hier ist er doch. So, in der Story hier. Das sind alles, was postet in der Bilder von Schuhen. Wack, shit, alter. Piss dich. Okay, in seiner Story ist auch noch irgendwas mit Schuhen. Aber Mimi ist doch dem Leon Machère bei weitem überlegen, rhetorisch. Eben drum. Also deshalb sehe ich keinen Grund, warum Mimi das nicht annehmen sollte. Weil Leon wird einen Kürzeren ziehen. Ich verstehe halt auch nicht, warum Leon ihm das in der ersten Linie angeboten hat. Weil er zieht halt den Kürzeren. So wird's passieren. Das ist bestimmt wieder so ein Fass mit 38 Böden, wie kurz davor auch. Da hat er irgendwie groß angekündigt, er macht Ansage gegen, wie heißt er, Monte Carlo, Monte Cristo, Montana Black. Ah, okay. Und dann letztendlich hat er sich mit seinem komischen Pennerfreund da hingesetzt und gesagt, ey, guck mal, dem geht's nicht so gut oder so. Ich hab das Video nicht genau gesehen, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Also es ist halt immer wieder Bullshit, was der gute Leon da macht. Aber im Zuge dessen ist mir aufgefallen, sein hässlicher Copacabana-Song, Alter, 80 Millionen Aufrufe. Das ist ja unfassbar. Es ist viel zu viel. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch einige gekauft worden sind. Nee, das ist einfach ein guter Song, den man oft und gerne hört, ne? Der ist schon catchy, aber es ist halt trotzdem überraschend viel gewesen. Ich will's nicht unterstellen. Ich will's nicht unterstellen. Es gibt halt nur sehr viele Dokus, die halt aufgeklärt haben, wie viele Deutschrapper ihre Streams und Klicks kaufen. Und bei so einer krassen Zahl wie 80 Millionen, muss ich sagen, ist das vielleicht auch verdächtig. Aber ich gönne auch Leon Machia jeden Klick, den er hat. Aber ich find's seltsam. So viel. Naja. Ja, ich denke, da greift er wirklich, dass es so catchy ist. Ich mein, der Leon hat das nicht selber produziert. Er hat seine Stimme durch diverse Filter etc. gejagt. Da steckt nicht sehr viel drin. Durch eine Dachrinne. Ja, insofern kann man ihm einfach nicht nachsagen, dass es per se ein schlechter Song ist. Auch wenn er selbst nicht krass dran gearbeitet hat wahrscheinlich. Und ich glaube, deshalb ist er catchy und hat Chart-Tauglichkeiten, wo er deshalb auch hinreichend oft gespielt und angehört. Schön. Wir warten jetzt quasi auf den Showkampf zwischen Leon Machia und Mimi. Genau, es gab ja dann dieses Logan Paul vs. KSI. Vielleicht boxen die sich jetzt auch, Leon und Mimi. Das wär doch schön. Nee, anders, anders. Lieber Leon, lieber Mimi. Wir laten euch ein, zum Brennpunkt Internet zu kommen. Und dann moderieren wir einfach euren Fight. Das ist gut. Wir schlichten. Ja, Leon sagt ja eh in dem Video, dass er irgendwie einen Richter oder sowas dann in der Mitte haben möchte. Das kann ich ja machen. Dann setzen wir einfach Tino dahin und der sagt dann... Nee, nee, du setzt dich in die Mitte und du korrigierst das die ganze Zeit, wenn die falsch stellen, dann würde ich sagen. Genau. Das mache ich gerne. Sehr gut. Wie nicht die Zuschauerinnen, auch die Zuschauerinnen. Ganz wichtig. ZuschauerInnen. Habt ihr auch Kontakte zu den beiden? Ich sehe meine Zuschauer öfter mehr einen. Mimi hat mal eine Story von mir geteilt. Also insofern, wir sind schon quasi dicke. Ja. Okay, super. Und wir kennen Leon, Robin und ich. Stimmt. Da können wir zusammenführen. Das passt. Ja. Wollen wir mal Leon mal anrufen? Machen wir. Na, machen wir, ja. Machen wir jetzt. Können wir direkt jetzt machen eigentlich. Ja. Es gab noch so einen anderen Beef diese Woche. Habt ihr den mitbekommen? Jan Böhmermann vs. Montana Black. Hab ich hier gerade vor mir liegen, den Zettel. Die beiden. Ich hab's mir auch entschieden. Die beiden Leute, hast du K.O. gehauen. Ich hab's die beiden vor mir liegen. Du gewaltbereites Arschloch. Ich wollte eigentlich schlichten zwischen den beiden, aber es ist ein bisschen eher eskaliert. Und das fand ich auch interessant. Ich hab den Podcast noch nicht gehört. Ich bin ja ein Fan von Festung Flauschig, dem Podcast von Bömi und Olli. Ja, bitte keine Werbung für fremde Podcast. Brenn.internet ist der einzig wahre und tatsächlich höre ich auch eigentlich nur den und Lester-Schwestern gelegentlich. Jetzt, als David Hain wieder eingestiegen ist, habe ich glaube ich jetzt zwei Folgen ineinander wieder gehört. Aber als er raus war, habe ich, also ich höre halt nichts, weißt du. Wenn ich nach Berlin mal im Flixbus sitze, da höre ich mir auch mal ein Fest und Flauschig an oder so, aber... Ich dachte, du riechst nichts, aber du hörst auch nichts. Das ist mir neu. Ja, ich bin rundum einfach... Das heißt, wir können jetzt wieder Product Placement machen. Nicht Flixbus und andere Buslinien, sondern Flixbus. Ja, guck doch mal, nur Vorteile. Ich kann jetzt wieder richtig geile Sachen promoten. Ich habe hier zum Beispiel so eine Rolle Klopapier vor mir. Die ist ganz toll. Die ist fest und flauschig. Oh, ich bin ganz schlecht moderiert. Das war ziemlich langweilig. Dann zurück zum Thema. Ja, das war nämlich auch mehr oder weniger langweilig, muss ich sagen. Gerettet. Naja, langweilig nicht. Ich fand es interessant, weil ich das von dem nicht wusste, von Montana Black. Ich kenne ihn ja auch nicht so gut und verfolge ihn nicht. Aber Böhmi wirft halt Montana vor, dass Montana viele rechte Fans hat oder Fans aus der rechten Ecke. Der Böhmermann ist nämlich genauso ein bisschen so angehaucht wie du. Das ist dieser leichte Geschmack von öffentlich-rechtlich. Das ist so, alle, die so ein bisschen anders sind, die sind gleich, das sind rechte Trolle und so. Ja, ja, so seid ihr alle drauf, Tino. Das dachte ich auch zuerst, dass Böhmi ein bisschen überreagiert. Und ich habe mich da mal ein bisschen befasst mit dem Thema und auch die Argumente, die er hatte. Und die auch so linke Blogs und so weiter schon aufgegriffen haben vor Monaten schon. Und da gibt es halt viele kleine Indizien, die darauf hinweisen, dass Montana Black tatsächlich Kontakte hat zu Menschen, die der rechten Szene zuzuordnen sind. Und auch Fotos gibt es von ihm von irgendwelchen Leuten, die... Ja, aber es ging ja nicht mehr ohne Scheiß, ich habe auch Nazi-Freunde. Aber das heißt doch nicht, dass ich jetzt irgendwie in der rechten Szene unterwegs bin. Nein, nicht du, aber es geht ja um die Fans von Montana Black. Nicht um Montana an sich. Meine Fans sind auch nicht alle Nazis. Das wollte ich nämlich gerade sagen, nur weil Montana Black zu irgendwelchen Leuten Kontakt hat, heißt das ja nicht, dass seine Fans irgendwie pauschal rechts sind. Vor allem so viele, wie das sind, das ist ja keine homogene Masse. Aber ich habe es, wie gesagt, noch nicht gehört in dem Podcast. Da ist die Ausgabe. Aber ich glaube, es ist so eine Anspielung darauf, dass Montana Black sehr viele Fotos hat mit Fans aus der rechten Ecke. Und wie zum Beispiel, ich habe jetzt keinen Namen aufgeschrieben, aber da, wo er herkommt, aus Buxtehude, gibt es wohl so einen Neonazi-Verein und wo es auch schon Razzien gab wegen Waffenbesitz und anderen Geschichten. Und mit denen hat halt Montana Black einige Fotos gemacht schon. Und die tragen halt auch alle auf den Fotos so Thor Steiner und Kategorie C, Nordmänner-T-Shirts und so weiter. Und das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich kenne Montana Black nicht gut genug, was er für Content macht. Und ich kenne seine Fans auch nicht. Aber ich habe halt recherchieren können, dass es nicht ganz aus der Luft hergeholt ist. Okay, also das finde ich aber eine interessante Argumentation. Findest du wirklich, dass wenn ich jetzt, wenn Leute sind jetzt Nazis und haben mit Waffen zu tun und ich stelle mich trotzdem cool mit denen, bin ich dann irgendwie schlecht? Ja, schon. Findest du wirklich, ja? Wenn du es weißt, na klar. Weil ich würde mich also nach wie vor mit jedem versuchen, so gut wie möglich zu verstehen. Es sei denn, er verletzt halt völlig meine Prinzipien so. Aber wenn jemand in irgendeinem Nazi-Club ist und Waffen besitzt, dann verletzt das nicht meine Prinzipien. Nee, das eine ist, dass du mit denen cool bist und dich unterhältst und so und vielleicht auch einen Konsens suchst. Das andere ist, dich zu präsentieren mit den Leuten. Und wenn du dich immer auf Fotos stellst, dann ist das ja schon, oder du zeigst schon eine gewisse Sympathie in dem Moment, wenn du dich ablichten lässt und das postest und posten lässt. Das muss man schon unterscheiden. Und das ist auf jeden Fall eine Signalwirkung. Da darf man nicht so naiv rangehen und sagen, ja, ich bin selber kein Nazi, aber ich fotografiere mich gern mit denen. Und das ist schwierig. Das kann man nicht machen. Da muss man auf der anderen Seite sagen, in der Situation von Demonte, der halt wohl wahrscheinlich häufiger mal gefragt wird nach einem Foto, ist das nochmal, glaube ich, eine andere Sichtweise, die man hat. Da sagt man sicherlich schneller mal, ja komm, mach mal Foto, weil man es gewöhnt ist, anstatt wenn man jetzt halt so seine 50 Freunde hat und selten mit den Fotos macht und dann irgendwo ein Nazi ankommt und sagt, lass mal Foto machen. Naja, so war es ja auch nicht. Es war jetzt nicht irgendjemand, der den Montana nicht kannte. Montana hat offenbar schon Connections zu denen und das ist nicht einmalig gewesen, die kennen sich halt gut. Und er lässt sich eben ablichten regelmäßig mit solchen Leuten. Und da gibt es wohl noch Verbindungen zum Adlerson, den ich jetzt auch nicht kenne. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber der fällt wohl laut dem Blog, den ich gelesen habe, sehr häufig mit rassistischen, sexistischen und antisemitischen Redewendungen auf. Und hat wohl auch Sympathien zur identitären Bewegung und hat auch mit Neonazis Kontakt, die bei Pegida mitgelaufen sind. Und es gibt wohl auch Videos vom Adlerson, der auf Pegida-Veranstaltungen war. Und mit so jemandem hängt halt Montana Black rum. Also, um jetzt auch nochmal was dazu zu sagen. Gerne. Es ist ja so, dass es offensichtlich gute PR ist, wenn man die Fans von Montana Black beleidigt. Und deswegen sage ich jetzt meine Meinung dazu. Ich glaube, das sind nicht alles irgendwie Nazis oder so. Aber das ist genau wie die Community vom Kummerkasten. Genau das gleiche Klientel, nämlich einfach schöne Hart-Assis. So. Ja. Ja. Genau wie man sich das vorstellt, wie sie irgendwie in der Stadt, im Weimar-Hallenpark zum Beispiel rumlungern des Nachts. Und ihre Bierflaschen an die Wände klatschen und so. Die haben schon irgendwie einen latenten Drang nach rechts, würde ich schon sagen. Aber die sind jetzt keine Nazis. Die sind einfach nur asozial. Ja, da gab's doch schon dieses Video, oder? Wo sie auf dem Marktplatz Heil-Hitler sind. Ja, natürlich gab's das. Aber deswegen sind die trotzdem nicht alle Nazis, Tino, weil da einer Heil-Hitler oder sonst was ruft. Das sind halt einfach Assis. Und Assis provozieren auch gerne mal. Ja, ich find's halt schwierig, mit sowas zu provozieren. Und wie du halt sagst, da scheint schon eine gewisse Affinität in diese rechte Richtung zu sein. Und wenn du halt merkst, dass du mit solchen Leuten rumgehangen hast, von mir aus auch unwissentlich, gehen wir davon aus, dass Montana Black jetzt alles nicht wusste und total naiv ist, aber sich danach nicht zu distanzieren, von diesen Leuten zumindest, find ich halt schwierig, was er nicht getan hat. Im Gegenteil. Aber was ist denn, wenn man sie jenseits ihrer Besinnung einfach gut leiden kann und mit ihnen gut zurechtkommt? Dann wär's doch schade, wenn man die alle in die Tonne kloppt. Da muss man sich nicht wundern, wenn man solche Vorwärmwürfe bekommt. Wenn du mit solchen Leuten sympathisierst und mit... Wir reden ja von Neonazis. Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die mal so ein bisschen rechts sind, sondern von Leuten, wo es... Das ist für mich bei diesem Argument mit irgendwie Nazi-Club, habt ihr vorhin gesprochen, das ist für mich da auf jeden Fall auch so relevant, ob das jetzt wirklich ein Club ist, die sich dann treffen und irgendwie organisieren. Mit sowas würde ich halt nichts zu tun haben wollen und mich auch nicht irgendwie zwanghaft mit ihnen gutstellen wollen oder so. Also das ist für mich ein großer Unterschied, ob man dann irgendwie nachts da irgendwie plant, dann ziehen wir irgendwie rum und schlagen Ausländer zusammen oder ob man halt einfach normal kegeln geht und irgendwie eine eher rechte Einstellung hat. Keine Ahnung. Ja, ich halte es halt schon so persönlich, dass ich mich von solchen Menschen fernhalte, die sich rassistisch äußern und die in Anführungsstrichen leicht rechts angehaucht sind. Das geht mir einfach gegen den Strich und ich muss ja nicht mit jedem klarkommen. Und wir hatten auch das Gespräch auf deinem Geburtstag, glaube ich, letztes Jahr. Als ich diese ganzen Nazi-Klatzen eingeladen hatte, ne? Das hat dir nicht gefallen. Nee, nee, nee. Ach, das war noch okay. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Das war noch in Ordnung. Ich saß nur in einer Gruppe mit Leuten, wo es darum ging, warum ich denn mit Leuten breche, die nicht meiner Meinung sind. Und da habe ich dann geantwortet, dass es ja überhaupt nicht darum geht. Ich habe ja auch Freunde, die FDP wählen, ja? Die konservativ sind, die christlich sind, die Muslime sind. Oh, hör mir auf, Tino, ich kotze. Nur, um das mal zu vergleichen, mit denen komme ich halt super zurecht und die wollen mich ja nicht ändern und wollen ja niemanden töten. Aber wenn es darum geht, dass jemand irgendwie Flüchtlinge im Flüchtlingsheim anzünden will, wenn er rassistisch ist, wenn er homophob ist, was soll ich dann mit dem rumhängen? Das ist für mich ein Unterschied zwischen einem FDPler, dessen Meinung ich genauso wenig bin wie mit einem Nazi zum Beispiel. Da muss ich halt schon sagen, ein Nazi ist halt wesentlich schlimmer und ferner meiner Werte als einer der FDP wählen zum Beispiel. Das kann ich nämlich noch verkraften. Toll, Montana Black, du mit deinen asozialen Fans hast uns jetzt so lange über diese Scheiße reden lassen. Weil deine Fans einfach nur alle asozial sind. Nur asoziale Assis schauen das. Fast alle. Fast alle. Alle Montana Black Fans. Guck dir doch mal an, wie tätowiert er ist. Asozial. Ja, da hast du recht. So, jetzt haben wir überhaupt nicht überlegt. Der braucht der in seiner Wohnung. Nein, er raucht nicht in der Wohnung. Jetzt nicht mehr. Er ist neu renoviert. Nur wenn er streamt. Aber er streamt fast jeden Tag. Huch, wir reden ja gar nicht mehr von Montana Black. Okay. Aber natürlich kam auch eine große Autofirma nicht drumherum, das Gesicht des Montana Blacks zu sehen. Wisst ihr das? Habt ihr das mitbekommen? Bitte was? Mercedes-Benz wurde gehackt. Und das Profilbild war Montana Black. Das Profilbild vom Hacker, oder? Nee, das Profilbild von dem Account mit über 6 Millionen Followern. Das Profilbild von Mercedes. Ja. Wurde ausgetauscht durch das Gesicht von Montana Black. Ach so. Okay, cool. Der Hacker war natürlich eher. Nee, er hat ein, zwei Nachrichten irgendwie verschickt. So, haha, irgendwie, ich weiß nicht genau, an irgendeine Sarah mit irgendwie, du hast geile Ocken. Nur ich, ich, das ist gerade wirklich, ich hab's nicht mehr präsent. Aber irgendwas in die Richtung. Die hat das dann auf Twitter gepostet. Schau mal, Frau, die offizielle Seite von Mercedes schreibt dich an, dass du geile Ocken hast. Ja. Goals. Ist das eine Ehre? Auf jeden. Ja, das war auf jeden Fall auch noch ganz witzig. Sind Mercedes jetzt Nazis? Ja, absolut. Und alle Follower, all diese ganzen 6 Millionen sind alles asoziale. Asoziale Assis. So. Das wollte ich nur wissen von meinen Notizen. Ich hab ja so eine Nazi-Liste, wen ich alles als Nazi beschimpft habe und da kann ich Mercedes jetzt quasi draufschreiben. Genau. Sehr gut. Also Montana Black und Mercedes. Ja. Herodes, ich hoffe, du hast einen Anzug an. Hab ich. Ja, wirklich? Ja, natürlich. Beim nächsten Thema bekommst du wieder eine Krawatte. Ja, ich sitze. Ich halte mich fest. Ja, wir müssen zumindest ganz kurz drüber sprechen, weil das irgendwie diese Woche besonders groß geworden ist. Diese Xavier Naidoo Scheiße geht ja jetzt schon eigentlich mehrere Wochen, Monate. Dieses, ähm, ja, wir wamsen irgendwie kleine Föten durch den Schredder und ziehen uns das dann rein. Wie heißt das? Adenochrom oder so? Genau, ja. Irgend so was, ne? Das hat ja vor Wochen schon angefangen. Aber jetzt, gerade diese Woche war es halt wirklich, wir haben den Amerikanern alle Ehre gemacht, was so Demos anging. Angeführt von diesem, wie heißt der noch, Attila Hildmann oder so? Genau, der Veganer-Koch. Der Veganer-Koch. Ganz verrückt. Also ich sehe immer nur weitergeleitete Nachrichten von dem, da steht so großer Schwachsinn drin, dass ich mir das aus Gründen immer nicht durchlese. Ich versuche mich echt davon fernzuhalten, weil wie du sagst, ich kriege da echt hart eine Krawatte. Das Ding ist echt, dass du dich, also du nimmst dir das sehr irgendwie zu Herzen so. Ich bin noch auf dem Level, also weil es halt auch nicht irgendwie jetzt 60% Deutschlands ist, die halt so denken, bin ich auf dem Level, dass ich mir das echt mit Freuden anschaue, wenn ich so dumme Mitschnitte von irgendwelchen Demos sehe, wo die Leute halt scheiße labern. Das ist überheblich. Und dann gibt es halt eine Aufnahme, wie ein Bulle auf ihn zukommt und sagt, so Herr Hildmann, Sie bekommen jetzt einen Platzverweis. Und er nur so, ja, alles klar, schönen Tag noch. Ach, er ist der Typ, der das mit dem Sterben sagt, ja? Ja, ja. Ich habe nur dieses Video gesehen, wo er sagt, ich werde für dieses Land sterben und irgendwie im Schnitt ist es schon nicht, ja, aber Sie kriegen jetzt trotzdem Platzverweis. Ja, okay. Schönen Tag noch. Er ist gestorben wie ein Samurai. Ich hätte mir ja gewünscht, er wäre für dieses Land gestorben, hätten wir ein Problem weniger. Oh, das hast du jetzt gesagt. Möglichst zeitnah. Ja, also mein Problem, wie gesagt, ich kann das nicht lustig finden, weil solche Leute regen wieder andere Leute an, den Schwachsinn zu glauben und die sorgen halt dafür, dass sie sich wieder auf Engraum treffen. Und es betrifft mich halt über kurz oder lang und das regt mich halt so auf. Und die Demoaufnahmen waren so witzig. Die Demoaufnahmen waren so witzig. Die haben ja auch gefilmt, auch die Kameraleute. Und wieder die Leute, was sie für blödsinn in die Kamera halten. Da war so eine ältere Frau, die hat sich selber so einen Personalausweis ausgedruckt, also nur Ausweis ausgedruckt, ohne Personal. Und sagt dann, das Dokument beweist, ich bin ein echter Mensch und kein Personal. BR, D, GmbH geht unter oder sowas. Also das ist so auch, was Klientel da rumläuft. Es tut mir so weh, einfach zu wissen, dass ich unter so vielen Vollidioten bin. Ich wünschte einfach, es wäre nicht so. Und deshalb fällt es mir halt schwer, mich darüber lustig zu machen oder da Witze drüber zu machen. Ja, es tut schon irgendwie weh im Gehirn, wenn man solche Menschen sieht. Aber ich finde, diese Lächerlichkeit, solange es echt lächerlich bleibt, so ja, also es ist ja gerade... Die sind ja auf engen Raum und stecken sich an. Ja, das vielleicht. Ich meine, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt so einen enormen Zulauf kriegen werden, als sie jetzt die Regierung stürzen. Das glaube ich halt nicht. Nee, aber das ist halt was Dummes passiert so. Die werden das Arme-Würstchen nicht in die Geschichte eingehen. Ja, aber die werden... Naja, wer weiß. Also vielleicht mache ich mir bei diesen Leuten dieselben Sorgen, die du dir bei irgendwelchen AfDs machst. Wo ich denke, da wird nicht viel passieren. Aber so eine Scheiße... Ich habe das Problem, Robin, du weißt es, ich habe es in der Familie. Ich habe solche Leute in der Familie. Und das ist schon akut für mich. Und nochmal zu dem Schmerz im Gehirn. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist noch ein Zacken empfindlicher, was enorme Dummheit angeht. Wenn sie immer im engsten Umkreis ist. Und deshalb ist es... Das ist halt... Das fließt halt alles mit ein, dass es sich so schlimm anfängt. Da ist halt die Frage dann, ob nicht ein gewisser Spott oder Auslachen effektiver ist, als irgendwie zu sagen, oh, guck mal, was sind das für dumme Schweine. Aber vielleicht ist auch nichts davon effektiv. Wenn man sich da immer... Gut, in der direkten Kon... Okay, in der direkten Konfrontation mit diesen Menschen würde ich mich lustig machen. Aber ich weiß ziemlich genau, dass solche Menschen diesen Brennpunkt nicht hören. Den hören nur kluge, intelligente und schöne Leute. Das stimmt. Und aus diesem Grund kann ich mich ja hier... Und Herr Ritter. Genau. Und Herr Ritter. Kann ich mich ja über diese Leute auslassen, wie ich mich wirklich fühle. Wäre ich jetzt mit denen konfrontiert, würde ich mir auch denken, Alter, probier es mal mit dem, mit dem Argument. So. Du Vollidiot. Ne, ich würde auch nicht mich lustig machen. Ja, verstehe ich ja alles. Also ich finde an der ganzen Situation einfach nur am beschissensten, dass Telegram-Gruppen dadurch sehr in Verruf geraten. Dabei gibt es doch die Oase, die beste Telegram-Gruppe aller Zeiten, in die man sich einkaufen kann, wenn man bei Patreon drei Dollar spendet im Monat. Hammer. Und jetzt heißt es auch, ne, die Xavier Naidus und KenFMs und Attilas und wie sie alle heißen, die verbreiten ihre Scheiße über Telegram. Vor allem alleine, dass sie halt... Nicht nur Telegram, auch die Veganer. Die sagen, die sagen, Alter, Bill Gates, der chippt uns alle weg und wir können nichts mehr machen und die Meinungsfreiheit ist in Gefahr und so. Und posten das halt alles an tausende Leute raus. Das sagen die vor allem im Fernsehen, ja. Die sagen beim ZDF in die Kamera, man darf ja nichts mehr sagen, es wäre eine Diktatur. Das sagen die in Fernsehkameras, welche ihre Aussagen noch ausstrahlen. Das ist einfach, es ist eine riesige Ironie, die die einfach nicht sehen. Und das verstehe ich halt nicht. Wie man das nicht sehen kann. Dass die halt gerade selbst beweisen, dass ihre Aussagen einfach falsch sind. Das ist keine Demokratie. In Russland sterben gerade Ärzte, die fallen alle aus Krankenhausfenstern raus, zufällig. Ja, hab ich auch gesehen. Die zufälligerweise die Regierung kritisiert haben. Das hat diktatorische Ausmaß, aber nicht das, was wir hier erleben in Deutschland. Das straffen die halt nicht. Wir haben die aktuellen Zahlen noch gar nicht gemacht. Lass uns das doch ganz kurz mal einbringen. Wir haben 170.000 in Deutschland bestätigte Fälle, 134 sind genesen. Wir haben 7.500 Todesfälle. Aber insgesamt sieht es hier sehr grün aus. Russland, was du übrigens gesagt hast, hat für mich eine sehr verdächtige Sterberate auch. Auf 200.000 Fälle nur 1.800. Das ist ein bisschen seltsam. Möchte ich aber auch nicht zu vehement drauf pochen und da sagen, hey, kann ja auch sein. Deutschland hat ja auch eine vergleichsweise niedrige Sterberate. Egal. Insgesamt haben wir jetzt, da heute ja Sonntag ist, die 4 Millionen geschafft. Applaus, großartig. Und dann ist mir aufgefallen, dass Amerikan... Darf ich noch ergänzen? Ergänze mal. Wir sind hingegen, wenn ich die Zahlen richtig deute, in Deutschland jetzt unter 20.000 aktiven Fällen. Äh, sehe ich nicht, aber ja, also 30.000, unter 30.000 würde ich sagen. Okay, ich weiß nicht, ob in dieser Karte hier die Todesfälle auf die Wiedergesunden aufaddiert werden oder ob die abgezogen werden. Ich glaube, die Todesfälle kommen da komplett raus. Okay. Aber nach wie vor auf einem guten Weg. Ja, das ist alles schon mal schön. Es gibt auch viele Nachrichten diese Woche, die uplifting sind, also Großbritannien zum Beispiel. Ach nee, warte, nicht Großbritannien. Neuseeland zum Beispiel hat keine neuen Fälle. Italien hat die wenigsten Zahlen seit zwei Monaten. Neue Fälle und Tode. Also das ist schon alles ganz tolli. Aber, wie gesagt... Jetzt ist Schluss mit lustig, denn ich habe heute Morgen gelesen, dass Roy von Siegfried und Roy an Corona gestorben ist, tatsächlich. Was? Ist das nicht der Tiger? Nee, das war der, der von dem Tiger angegriffen worden ist. Okay. Das war doch dieses Magier-Duo, die mal ein paar waren, dann nicht mehr. Da waren sie nur noch Freunde und haben aber noch gemeinsam Touren gemacht als Entertainer. Und 2003 ist dann der Roy angegriffen worden von dem weißen Tiger. Seitdem war der halt an Rollstuhl gefesselt. NTV, Magier, Royhorn stirbt an Covid-19. Ja. Wenn es jetzt noch irgendwann einen relevanten Promi trifft, dann wird es endlich ernst genommen. Also ich hätte es schlimmer gefunden, wenn der arme Tiger dran gestorben wäre. Oh Gott, da hätte die Welt, glaube ich, geweint. Der ist schon tot, der Tiger. Oh, musst du jetzt hier so einen Downer reinschieben? Nee, aber was wir beim Beobachten der Zahlen... Tino, nicht das nächste Fass aufmachen. Ich wollte das die ganze Zeit noch sagen. Wir sind bei den Zahlen von Corona. Da ist mir nämlich was aufgefallen, was ich so gar nicht präsent hatte. Es ist mir schon klar, dass Amerika Fakt ist. Aber wie sehr? Die haben nämlich aktuell 103... Ach, was weiß ich? Was sage ich? 1,3 Millionen aktive Fälle. Erst 200.000 Genesene. Das heißt, da sind ja noch 110... Mathe, Robin. 1,1 Millionen Leute, von denen potenziell halt so und so viele sterben können. Und die sind ja jetzt schon bei 77.000 Toten. Das wird ja unfassbar viel. Tja, wer weiß. Also noch ist ja da auch null irgendwas gestoppt. Das heißt, das wird ja nicht bei diesen Millionen bleiben. Ja, na das kommt ja auch noch dazu. Die demonstrieren ja auch fleißig. Das hat ja jetzt auch schon die offiziellen Zahlen vom... Was war das? Ich glaube, Vietnamkrieg. Die Todeszahlen überholt. Ja, habe ich auch gelesen. Die sind jetzt schon fast bei 100.000. Und die werden eventuell sogar die Millionen schaffen. Das ist so krank. Solide Leistung auf jeden Fall, ja. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, stell dir mal vor. Es geht jetzt einfach mal weiter, weil die es nicht raffen irgendwie. Und die kriegen wirklich eine siebenstellige Zahl an Toten. Na vor allem seit Lockdown ist und keine Leute mehr ins Land kommen, kann man es halt auch nicht mehr auf andere Länder schieben. Hat ja Trump auch ewig gesagt, hier Europa ist der Hotspot und deswegen machen wir zu und so. Ist halt nicht mehr so. Naja, das ist auf jeden Fall die Welt in Zahlen. Schön. Um ganz kurz bei Trump zu bleiben. Wir können länger bei Trump bleiben. Da gab es wieder den Weekly Brain Fart diese Woche. Das war großartig. Vielleicht willst du das ja auch gerade sagen. Ja genau, dass Trump eine Maskenfabrik besucht hat, ohne Maske, aber mit Schutzbrille. Ja. Meinst du das? Das meine ich nicht, aber das war auch großartig. Das habe ich aber nicht explizit reingenommen. Das war halt so ein Standard, 5 von 10 Trump Moment. Und es lief offenbar auch Musik, als er da das besucht hat. Und der Song, den er sich ausgewählt hat, war von Guns N' Roses der Song Live and Let Die. Ja. Das fand ich sehr schön, sehr passend. Großartig. Ja. Er hat dann irgendwie hinterher gesagt, wie war es, weil er weit weg stand von denen oder er hat das irgendwie gerechtfertigt mit dem Masken, bla bla. Aber für mich war die bessere Meldung diese Woche auf jeden Fall erstens, dass eine persönliche Assistentin von ihm positiv getestet wurde, aber das ist nicht das Geile, sondern der Weekly Brain Fart von Trump ist, aufgrund dessen, dass jetzt seine Assistentin erkrankt ist, hat er gesagt, das ist der Beweis, dass Testen sinnlos ist, weil diese Person wurde immer wieder negativ getestet und plötzlich passiert irgendwas und sie wird auf einmal positiv getestet. Und deswegen sind Tests schlecht. Ah, weil der Test also nicht immer negativ geblieben ist. Ja, das ist ja Quatsch. Also weißt du, immer ist alles schön und sie wird negativ getestet und auf einmal passiert irgendwas und dann ist sie positiv. Was ist denn das für eine Scheiße? Tolle Erfindung, echt. Und ich, es ist fast immer so, wenn ich jetzt, wenn ich Trump zitiere, es ist immer schlimmer, wenn man sich den Original-Videoclip dazu anschaut und den Kontext noch dazu. Ja, also das ist auf jeden Fall großartig. Äh, naja. Das waren die Trump-News für diese Woche. Ne, ne, ja, ich hab da noch was, was da mit dazugehört. Es gab nämlich diesen Fall um einen General Flynn diese Woche. Ähm, der, ich weiß nicht, ist glaube ich auch schon ein bisschen länger her. Also der ist auf jeden Fall einer aus dieser Riege da gewesen. Ich weiß gar nicht, ich kann auch kurz googeln, was der genau für eine Funktion hatte, aber ist ja auch eigentlich egal. Auf jeden Fall ein Typ, der zweimal gesagt hat, er ist schuldig. Da ging es genau, ging es um die Russland-Affäre. Michael Flynn, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater. So, der hat schon zweimal gesagt, dass er schuldig ist und die Beweise gegen ihn waren erdrückend. Aber, äh, Michael Barr heißt der, glaube ich, oder so. Der, äh, Department of Justice, was sagt man, Justizamt, Vorstand, was auch immer. Äh, übersetzt euch selber. Ja, sie ist da draußen. Der hat den Fall jetzt quasi fallen lassen. Obwohl quasi die Schuld bewiesen war und der Typ schon zweimal gesagt hat, dass er schuldig ist. Gibt es einen Grund dafür? Das, naja, das war ungerecht, dass man das überhaupt hat erst untersuchen lassen. Ah. Großartig. Das ist unfair, klar. Da merkt man halt, was vielleicht wirklich faschistische Züge sind und nicht irgendwie, ach, ich kann nicht zum Frisur gehen, ich wollte hier in Nürnberg mal eben drüben. Okay, das war vielleicht kein Nürnberger, aber ihr versteht, was ich meine. Ja. In Nürnberg reden die, glaube ich, anders wie andere Huren-Söhne. Ja, so ein bisschen. Ja. Aber, Tino, du kennst dich doch mit Schwulen aus. IBC, ja. Ich habe heute wieder aus den internationalen Medien erfahren, dass Deutschland jetzt endlich dieses neue Gesetz hat verabschiedet, dass man seine Kinder nicht mehr, wie sagt man, diese Konversionstherapie oder sowas. Therapie, genau, ja. Das ist jetzt offenkundig verboten worden, warum das vorher nicht der Fall war, weiß ich nicht, aber das ist ja schon mal was Schönes. Ich war auch überrascht. Ich dachte, dass das führen die, es dürfen nur an Erwachsenen ausführen, aber offenbar nicht. Also, es gibt halt echt null Studien, die belegen, dass man jemanden in der Richtung therapieren kann. Also, das geht einfach technisch nicht. Du kannst jemanden nicht heterosexuell machen. Selbst wenn, es wäre einfach zu nichts gut. Na doch, dann kriegen wir mehr Kinder, weil Überbevölkerung ist ja kein Problem. Hallo, sarkastisch. Satire, huu. Wir sind Brennpunkt Anusfotze. Da kann man auch mal sehen, dass aber trotzdem Deutschland noch sehr hinterherhinkt, denn in Ungarn dürfen ab sofort auch Schwule Blut spenden, was sie bei uns nicht dürfen. Warte mal, warte mal, warte mal, Ungarn. Ist Ungarn nicht das Land, was irgendwie gerade letzte Woche in den Nachrichten war, dass es keine Demokratie mehr ist, dass es jetzt Transvestitenrechte aberkennt wieder und Rückschritte macht? Ja, aber Schwule dürfen Blut spenden. Das ist ein kleiner Fortschritt. Na gut. Oder meinst du, dass die erschossen werden und das Blut wird dann verwendet? Ah. Das kann auch sein, ja. Blutspenden über Eck. Du musst auch, wenn du das so sagst, klingt es so negativ. Also, Schwule dürfen in Ungarn Blutspenden. Tut mir leid, das war mein Framing. Ja, also ich glaube, ich hatte da schon irgendwie was gesehen. So ein Report von Politico oder so. Ungarn ist keine Demokratie mehr. Aber vielleicht haben auch die Schwulen einfach faschistisch das Land übernommen. Das kann natürlich auch sein. Die haben es versucht zumindest. Ja. Das darf gar nicht passieren. Ja, klein, bunten Grashüpfer, ja. Und liebe Leute, jetzt kommt etwas, was niemand hat kommen sehen. Denn ich kritisiere jetzt das linke Spektrum. Oh. Nein. Es hat mich, es hat mich tief erschüttert. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass das Heute-Show-Team angegriffen, also ein Heute-Show-Team angegriffen wurde. Ja. Auf einer Verschwörungsdemo. Und jetzt kam wohl raus, also die Polizei hat die Täter ermittelt und auch schon welche hinter Gitzern gebracht, also in Untersuchungshaft. Und die werden dem linken Spektrum zugeordnet. Ja, aber der Kameramann war ja auch ein Nazi. Ach, dann war es okay. Ja. Dann verurteile ich das Ganze nicht. Ja, also beide... Stimmt. Und der Einzige, der nicht getroffen worden ist, also der nicht verprügelt worden ist, war ein Ausländer. Der, also ein Mensch mit Migrationshintergrund. Abdel Karim, genau. Den haben sie nicht bekommen. Jetzt macht es doch Sinn. Danke, Herodes. Doch. Da nicht für, da nicht für. Gut eingeordnet. Aber, Tino, das, was ich mitbekommen habe, ist, dass die Rechten und Linken gemeinsam auf Corona-Demos gehen. Das stimmt auch tatsächlich. Das soll auch so sein, dass... Das soll auch so sein, das ist Gott gewollt. Corona eint uns endlich. Das Hufeisen wird zum Auffangbecken für gesellschaftlichen Blutenschatz. Lass ihn doch mal reden, Himmel. Vielleicht lässt er mich mal reden? Hallo? Es ist so kompliziert hier über diesen Discord. Ja, wir feiern uns immer ins Wort. Aber tatsächlich ist es so... Jetzt halt deinen Maul. Ja, ich bin ruhig. Nein, also tatsächlich soll es so sein, dass auf diesen Demos... Fotze, Fotze, Eierkuchen. Da findet man offenbar alles. Man findet Omas, die unsicher sind. Man findet richtige Nazis. Man findet Weltenbürger und Hippies. Aber offenbar auch Linke. Was mich ja völlig überrascht. Also ich bin ja... Ich komme ja selber so aus dem linken Anus. Und ich kann mir gar nicht erklären, wo die Motivation herkommt, ein Kamerateam anzugreifen. Und auf solche Demos zu gehen. Ja, auf die Demo zu gehen, wegen dem Freiheitsgedanken, würde ich schon sagen. Und ein Kamerateam angreifen. Gut, das ist halt in jedem Fall irgendwie dumm. Ist ja auch bei dem anderen passiert da... Was war das? Berlin, wo einer irgendwie vor so eine Tonangel getreten hat. Ja, genau. Also das ist einfach nur völlig dumm. Also ohne Spaß. Das ist halt auch... Da denke ich mir wirklich, wenn wirklich Klimakrise ist, ne? Und man wirklich hier Tornados und sonst was... Na gut, bei Tornados hat man andere Probleme. Aber Hummersnot oder so. Wie die Leute da abgehen müssen. Hm. Aber was ich ja meine... Die Scheiße steht noch vor uns auf jeden Fall. Aber was ich ja meine ist, dass eigentlich die Linken schon immer die Pressefreiheit hochgehalten haben. Und die ja, weiß ich nicht, die auf ihren Demos und auch auf Parteitagen haben linke Gruppierungen, Presseleute nie ausgeladen. Und sind ja auch eigentlich dafür, dass die Wirtschaft so ein bisschen runterfährt, was ja jetzt gerade passiert mit dem Lockdown und dass man weniger arbeiten muss. Deswegen ist dieses linke Spektrum... Also ich kann mir das nicht erklären, dass die da daran teilnehmen an solchen Demos. Ja, aber Link ist doch schon auch irgendwie Kapitalkritik und sowas. Und dieses Ganze, wir werden alle gechippt, weil Kollege Gates mit seinem ganzen Geld uns unsere Körper wegkauft und so. Also ich habe jetzt auch... Aber so dumm waren... Auch der Ken Jetson und so, der redet halt auch jetzt von Grundeinkommen, was ich ja grundlegend erstmal gut finde, aber halt aus den falschen Gründen. Ja, aber ich kenne ja verschiedene Strömungen von Links. Also ich habe ja alle, also viele kennengelernt, so auch viele, die ich nicht gut finde. Aber so dieser Konsens war eigentlich immer, dass man sich die Gegner aussucht, so und dass man, dass man, ich weiß nicht, diese ganze Verschwörungskacke, die passt irgendwie nicht so richtig rein. Also ich bin gespannt, was bei den Ermittlungen noch rauskommt, aus was für einem genauen linken Spektrum die eigentlich kommen, diese Angreifer auf das Kamerativen. Was ist denn ein genaues linkes Spektrum? Na, es gibt ja Anarchisten, Kommunisten und na klar gibt es ganz viele. Ich habe den Zollfang schon ein bisschen ausgelacht, als er gesagt hat, in der veganen Szene ist dieser komische Attila-Typ nicht so gern gesehen. Die vegane Szene, die sich dann immer zum Ringelrei-Tanzen auf der Wiese trifft und dann ihre neuen, gewobenen Körbe austauscht. Weil du gerade gesagt hast, dass jetzt Telegram irgendwie in Verruf kommt, in Telegram-Gruppen, aber die Veganer sind doch jetzt wieder die großen Opfer. Die werden doch jetzt wieder ausgelacht, ja, hier, ihr Aluhutträger und klar, dass wieder ein Veganer so querschießen muss. Ist das so? Ja klar, ganz oft solche Kommentare. Ist ja genauso dumm, wie alle Fans von Montana Black als rechts zu bezeichnen. Ja, sag ich doch. Naja, aber kann ich vielleicht einfach mal von diesen negativen Themen weggehen und für mich die News der Woche besprechen, ja. Die bestimmt keiner mitbekommen hat, aber ich fand das so lustig. Also, hat nämlich auch mit Corona zu tun. Irland hat sich bei einem Indianerstamm oder indigenes Volk, ja. Ganz politisch korrekt. Bedankt bei den Choktor oder Koktor oder wie auch immer, ist ja auch egal. Die haben Spenden gesammelt in Höhe von 1,8 Millionen Dollar. Also, um die zu unterstützen in Zeiten von Corona und so weiter. Und zwar, weil sie 1847 in Zeiten der irischen Kartoffelknappheit im Wert von 150 Dollar damals, da kam ja Richter Aussi raus bei Dollar, Unterstützung von diesen Indianern bekommen haben. Das heißt irgendwie, 150 Jahre später wird sich dafür revanchiert mit 1,8 Millionen Support. Das fand ich super nice. Es ist nie zu spät. Was haben ihren denn jetzt mit den Indianern zu tun? Na, vermutlich ihren damals, die nach Amerika sind. Okay. Großartig. 1847. Es gibt ja zum Beispiel... Es ist gut, dass es was Inflation macht. Das ist 150 Dollar genauso viel wert wie jetzt 1,8 Millionen. Ja gut, das stimmt. Damals war so ein Dollar schon was wert, aber... Ey, ich finde das super. Vor allem der irische Kartoffelhunger, ja. Es gab Hunger, weil Kartoffelknappheit. Und da kommt die Indianer dahergeritten. Oh, hier hast du Hühnchen. Und jetzt... Uh, ganz Indianer. Wir reden aber schon von Leuten, von den Indianern, wie man sie kennt, die im ehemaligen Amerika gelebt haben. Und die sind nach Irland geritten. Genau so war es. Nein. Es sind doch irische Migranten nach Italien. Och, Alter, das wird ja immer krasser. What the fuck? Nach Amerika, verdammt. Es gibt doch auch... Geschichts-Robin. Genau. Es gibt doch auch zum Beispiel... Geografie-Robin. Es gibt richtig geile irische Rockmusik aus Irland. Aber es gibt zum Beispiel auch richtig geile irische Rockmusik aus Boston. Ja? Weil... Ja, weil die halt viele Iren haben. Ja. So, Boston. Wie heißen sie? Flogging Molly zum Beispiel kommen aus Irland. Und dann gibt's... Wie heißen sie? Ja. Shipping up to Boston. Wie heißen die? Dropkick Murphys. Dropkick Murphys, genau. Dropkick Murphys, ja. Genau. Und ja, die Choktor kam dahergeritten und haben gesagt, hier... Ihr kartoffellosen Irland, ihr habt da was. Fand ich schön. Ist das nett. Ja, nett. Das heißt, ich werde jetzt auch demnächst mal irgendwelchen Leuten auf der Straße eine Kartoffel schicken und hoffe, dass ich dann irgendwie in ein paar Jahren Millionär bin. 150, ja, ein bisschen mehr. 170 Jahre und da kommt dann das Geld. Die ist ein Investment. Richtig. Richtig. Da musst du sehr alt werden. Aber das ist für deine Kinder und Urenkel, die werden sich freuen. Alter, die Stunde ist schon wieder rum, das ging aber schnell. Ich hab schon wieder... Ich hab noch viel mehr Uplifting-Scheiße, ja. In Indien... Gerade mal bei 54. Ja, ja. In Indien, das kann nicht Uplifting sein. Doch. In Indien hat jetzt ein Gericht das erste Mal entschieden, dass das Wohlergehen einer vergewaltigten Frau über... Nicht sehr gut ist. Ja. Über dem Recht des ungeborenen Fötus liegt. Das heißt, bisher mussten die vergewaltigten Frauen das Kind immer bekommen. Jetzt wurde das erste Mal dagegen entschieden. Also. Ja. Nicht hier immer gegen Indien. Und das ist jetzt Uplifting, oder? Ja. Das heißt, jetzt kann man die Frauen in Ruhe vergewaltigen, weil die dann nicht neun Jahre so ein Kloß an sich haben. Und muss später keinen Unterhalt zahlen. Großartig. Ja. Ja, und erneuerbare Energien habe ich auch sehr viel gelesen diese Woche. Dass Amerika jetzt zum Beispiel irgendwie mehr Elektrizität durch erneuerbare Stadt durch Kohle hat für die letzten 40 Tage durchgehend. Äh, auch Großbritannien, 28 Tage komplett ohne Kohle und so. Das sind schöne Sachen. Kann man mal erwähnen, ja? Das ist doch alles möglich, ey. Okay. So. Aber insgesamt. Gut, wir hatten die Woche wieder ein bisschen Beef. Mimi versus Leon. Ja. Bömi versus Monte. Da ging schon ein bisschen was. Ich habe auch noch eine kleine Downlifting-News, die bei mir ganz oben eigentlich stand, die mich echt traurig fand. Habt ihr Scrups gesehen? Bestimmt, ne? Nein, ich finde Scrups ultra langweilig. Nein. Ich habe Scrups gesehen. Ich finde es nicht langweilig. Ich fand Scrups ganz furchterlich. Weil der Laugh-Track dir fehlt, ne? Du brauchst es, dass da Leute lachen. Ne, weil die Witze nicht gut waren. War gut. Also Scrups ist meine Lieblingsserie. Ich bin gerade schockiert. Na, so weit würde ich nicht gehen, Tino. Jetzt komm mal klar. Ich fand Scrups halt gut, weil es auch irgendwo Herz hat und nicht einfach nur, haha, wir blöden rum ist. Aber egal. Jetzt sprich doch endlich, Tino. Wir haben noch keine Zeit. Obwohl, wir haben Zeit, Tino. Wir sind ja gar nicht mehr in dieses enge Korsett von eine Stunde Radiomoderation gepresst. Ich sag's doch. Also jetzt ganz langsam. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, dass ... Fotze, 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 fotze. Aus der Serie Scrups ist der Schauspieler, der wolle ... Ach so, ja, der ist gestorben. Genau, der Ted. Der sympathische Ted, der Klinikanwalt. Der gar nicht mal so alt war, ne? Nee, irgendwie erst Ende 50 ist er wie an Krebs gestorben. Und der war halt super lustig. Der war ein super Schauspieler. Konnte auch singen und Ukulele spielen. Und hat auch eine tolle A Cappella-Band. Und da war ich ganz, ganz traurig, als ich das gelesen hab gestern. Ja. Aber ich kann da keine ... Also ich kann da jetzt auch keine Doppelmoral zeigen. Bei mir ist es schon relativ egal, wenn Prominente sterben, weil ich halt weiß, dass es passiert so. Und nur weil ich den jetzt kenne ... Also, weißt du, ich fänd's tragisch, wenn die Serie noch laufen würde und jetzt müsste die Person ersetzt werden. Aber so weiß ich halt, es ist schade für ihn, für die Familie und so. Alles kacke, aber es juckt mich halt gar nicht. Der hätte noch so viel machen können. Natürlich, ja. Aber verfolgst du den aktiv? Natürlich hätte er das machen können. Es gibt so viele Leute, die sterben, die noch richtig geile Sachen hätten machen können. Aber wenn ich das nicht aktiv verfolge, kann ich da leider nicht heucheln, dass mich das betrifft. Tino. Ja, das verstehe ich, wenn du ihn nicht verfolgst. Aber ich bin ein Fan von ihm und von seiner Band und find's halt sehr traurig. Und das als kurze Downlifting-News gegen Ende. Ja. Nochmal richtig schön hier weinen zum Schluss. Das wollen wir doch. Toll. Ja. Okay. Hab ich jetzt gemacht. Was geht mal dieser Woche jetzt, nachdem wir so traurig sind? Boah. Waren Sachen dabei? Kann man schon ein bisschen höher machen eigentlich. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Ja. Tino? Ja, find ich auch. Viel zu hoch. Ich... Ja, ich würd abwarten, weil nämlich am 15.05. soll offiziell die neue Weltordnung passieren, laut Verschwörungstheoretikern. Ja, das wird auf jeden Fall witzig. Deswegen würde ich noch nicht hochgreifen. Ja. Also ich hätt jetzt eine 6 mal in den Raum geschmissen. Ja. Würde ich akzeptieren. Und die neue Weltordnung, mal gucken, ob dann der Podcast nächste Woche auch nochmal geiler ist. Nochmal geordneter. Ja, eben. Und neu. Deswegen... Oder ob wir den verboten kriegen. Vielleicht, ja. Deswegen so 6 gehe ich mit. Ich hätt noch gesagt 6.5 vielleicht, aber mehr nicht. Nee. 6.5 wird zu hoch. 6.5, also nee. Also wenn das Auseinandersetzen zwischen Mimi und Leon passiert und ich das live verfolgen kann vielleicht sogar, dann... Wenn es bei uns passiert. Aber sowas ja nicht weiter mehr als, ja, da passiert vielleicht was. Na gut, dann eine 6. Eine 6. Aber die Weltordnung, das wird auf jeden Fall cool. Was haben die denn geplant? Wie ordnen die uns denn? Naja... Wir sind dann alle gechippt. Ja, Zwangsimpfung, Zwangschippung. Ähm... Dann wird, äh... Der Lockdown verschärft. Also es gibt ganz, ganz vieles Tolles. Also wir können uns auf jeden Fall freuen. Ich finde, man kann die meisten Verschwörungstheorien immer ganz gut aushebeln. Einfach mit der Frage, warum das Ganze? Also am simpelsten finde ich es bei diesen Chemtrails. Ja, also gut, man kann sich das natürlich auch immer drehen, wie man möchte, ja. Aber ich habe schon mit Leuten geredet, die jetzt nicht... Also nicht so eine aktivem Verfechter davon waren. Aber halt das mal mitbekommen haben. Und haben gesagt, ja, die spritzen noch irgendwas in den Himmel. Also, und da habe ich dann gesagt, okay, aber dieselben Leute, die das in den Himmel spritzen, wo leben die denn? Leben die etwa auch unter eben jenem Himmel? Dann atmen die das ja auch alle ein. Die wohnen... Nein, die wohnen in der Hohlerde. Ja, das hat die Person dann halt nicht gesagt. Ich konnte die Person halt tatsächlich überzeugen, eine von den wenigen Momenten. Weil sie nicht informiert war. Stimmt. Und was machen eigentlich diese Chips dann? Die machen uns unfruchtbar. Du, Gates will die Überbevölkerung aufhalten. Nein, die ersetzen den Personalausweis und so, was du kontrolliert. Und da ist auch ein GPS-Peiler, also ein Sender drin. Aber das müsste uns ja dann spätestens auffallen, wenn wir keinen Personalausweis mehr brauchen. Da ist ein Fehler im System. Weißt du, wo noch ein GPS-Peiler drin ist? Nee. Im Smartphone. Oh, shit. Warum sollte man... Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch schon wieder so dumm. Natürlich ist es dumm. Wenn du dein Handy aber in Alufolie anwickelst, dann wirst du nicht mehr gefunden. Ja, dann habe ich aber auch keinen Empfang. Es sei denn, dieser Funkmast-Typ schreibt uns wieder rein, dass er da noch empfangen hat. Aber ich glaube, man hat da keinen Empfang. Stellvertretend für Herrn Funkmastmann würde ich gerne Danke sagen für die Leute, die hier immer kommentieren, auch teilweise sehr ausführlich. Ich weiß nicht, ob ihr das so aktiv verfolgt, aber es gab auch immer einen, der zum Beispiel live aus China kommentiert hat, der uns aus China gehört hat. Der ist jetzt wieder in Deutschland, aber der hat immer übelst lange Kommentare geschrieben. Vielen Dank dafür, für die Expertise. Nur die intellektuelle Speerspitze Deutschlands und Chinas hört uns. Ja, auch gerne korrigieren, wenn wir immer was Falsches erzählen. Das ist natürlich nicht super geil, wenn man das liest. Und ich freue mich da nicht drüber, wenn ich Blödsinn erzähle, aber umso besser ist es dann, wenn man halt korrigiert wird und danach schlauer ist. In diesem Sinne bricht hier gerade alles bei mir zusammen. Ja, schreibt es uns als DM, damit die Leute nicht sehen, dass wir dumm waren. Gut, jetzt haben wir extra überzogen, weil wir radiofrei sind. Das ist doch großartig. So, jetzt zeige ich nochmal meinen Schwanz ins Mikrofon. Ja, pack nochmal aus. Aber dann verklage ich dich, weil dein Schwanz ist interner deiner Unterhose. Ich trage nicht meine Unterhose. Ach so, das ist clever. Gut, dann ist die Musik so laut. Bla bla, halt deinen Maul. Tschüssi, Leute. Tschüss. Auf Wiedersehen. So, ich mache jetzt die Aufnahme aus, oder? Besser ist es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute. Tschüssi, Leute. aircraftE�� important. Bier halt völlig. Wirklichkeit. Wirklichkeit. Undаров terrorism können. Phantä!! Wirklichkeit.